Unser abschließendes Fazit An der Ausstattung hat Nikon bei der QPX S9700 nicht gespart. Lassen sich aber auch bei unseren Labortests lobende Worte für die Reise-Zoom-Kamera finden, dies erfahren Sie jetzt. Während die Nikon QPX S9500 noch einen 18 Megapixel auflösenden CMOS-Sensor besaß, verbaut Nikon in der QPX S9700 nur noch ein Modell mit 15,9 Megapixel. Als ISO-Bereich lassen sich bei der Reise-Zoom-Kamera ISO 125 bis 6400 einstellen, die ISO-Automatik erlaubt maximale Grenzwerte von ISO 400 oder ISO 800. Auf das RAW-Format verzichtet Nikon leider weiterhin, die Konkurrenz von Panasonic oder Sony hat hier mehr zu bieten. Bei der Bildqualität liegt die Nikon QPX S9700 in etwa auf dem Niveau des Vorgängers S9500. Sie erreicht eine klassenübliche Detailwiedergabe. Bei ISO 125 und ISO 200 ist die Bildqualität für eine Kompaktkamera gut, feine Details werden wiedergegeben. Schon bei ISO 400 greift aber die Kamera-Antenne-Verarbeitung ein und glättet die Bilder. Bei ISO 800 werden feine Details nicht mehr aufgelöst, bei ISO 1600 sorgt eine starke Weichzeichnung für einen weiteren sehr deutlichen Detailverlust. ISO 3200 und 6400 sind keine Optionen mehr, die Bilder wirken hier matschig. Bei schlechteren Lichtverhältnissen ist die Detailwiedergabe einzig bei ISO 100 noch gut, schon bei ISO 200 sinkt die Bildqualität deutlicher. Während man Aufnahmen mit ISO 400 mit einigen Abstrichen noch verwenden kann, zeigen mit ISO 800 aufgenommene Bilder bereits kaum noch Details. Spätestens bei ISO 1600 wirken dann beispielsweise Linien deutlich ausgefranst. Noch höhere Sensorempfindlichkeiten sollten unbedingt vermieden werden. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Nikon QE-Pix 9700 ist solide, echte Highlights fehlen aber. Bei der Serienbildaufnahme lassen sich 5,6 Bilder pro Sekunde für 5 Bilder in Folge aufnehmen, danach ist die Bildserie bereits beendet. Dieses Ergebnis ist grundsätzlich in Ordnung, die Kamera bleibt allerdings mehr als ein Bild pro Sekunde hinter der Vorgabe des Herstellers zurück. Die Auslöseverzögerung ist mit 0,03 Sekunden kurz, zum reinen Fokussieren nimmt sich die Reisesumkamera 0,25 Sekunden Zeit. Somit ist die Nikon QE-Pix S9700 ohne Frage schnappschusstauglich. Nikon's QE-Pix S9700 ist eine mit Technik vollgepackte Kompaktkamera, die mit dem 30-fach Zoom zum bisherigen Brennweitenkönig in der Kompaktkamera-Klasse, der Sony Cybershot DSC-HX60V, aufschließt. Mit 3,5 cm Tiefe fällt sie natürlich nur noch bedingt kompakt aus. Für eine Kompaktkamera ist die somit schon sehr groß und kaum mehr Hosentaschentauglich. Für eine Kamera mit 750 mm Kleinbildbrennweite ist die letztendlich doch aber zierlich. Neben dem GPS-Empfänger und dem WLAN-Modul müssen an der QE-Pix S9700 das sehr gute und hochauflösende Display, die manuellen Belichtungsoptionen und die vielen Einstellungsmöglichkeiten im Menü genannt werden. Ebenfalls überzeugen können der sehr gute optische Bildstabilisator, die gute Bildqualität im Videomodus und die Bedienung der Kamera. Die Geschwindigkeit ist mit einer relativ kurzen Fokussierungszeit von 0,25 Sekunden und einer Einschaltzeit von 1,82 Sekunden gut. Die Serienbildgeschwindigkeit mit 5,6 Bildern pro Sekunde ist akzeptabel. Die Bildqualität ist für einen 1 zu 2,3 zur großen Bildsensorklassen üblich, bei höheren Sensorempfindlichkeiten muss man aber mit deutlichen Abstrichen leben. Dies gilt ebenso für die Abbildungsleistung. Besonders im Weitwinkel sind die Bildränder zum Teil deutlich unschärfer. Zudem sinkt die Bildschärfe auch im Telebereich ab. Wenig zufriedenstellend ist natürlich auch die größte Blendenöffnung von f3,5 bis f6,4. Diese ist aber natürlich dem kleinen Kameragehäuse geschuldet, welches ein Lichtstärkeres Objektiv mit einem ähnlichen Brennweitenbereich schlicht nicht zulässt. Ärgerlich ist bei der Nikon QE-Pix S9700 die Tatsache, dass die kürzeste Belichtungszeit im Programmblendenvorwahl bei einer 1,000 Sekunde unterhalb einer Blende von f5,6 liegt. Somit ist man bei Sonnenscheinen oftmals gezwungen abzublenden. Die Decamera.de Testurteile zur Kamera Die Decamera.de Vielen Dank.